Hey Leute, Nightmare hier. Ja, ihr könnt es wahrscheinlich schon am Titel sehen und auch im Wald, dass dieses Projekt abgebrochen wird. Ich mache das wirklich nicht gerne. Ich liebe dieses Spiel. Es ist einfach ein richtig guter Hack. Er ist gut gemacht. Wieso ich das Spiel abbreche, ist es einfach meine eigene Dummheit. So, um euch schon mal die Situation zu erklären. Ich habe bis bei meinem letzten Part ganz normal gespielt und alles. Und dann wusste ich halt nicht, wo ich weiterkomme. Ich habe wirklich jeden Scheiß abgesucht. Überall. So, dann dachte ich mir, okay, bei Battlefire, es war ja auch ein Hack. Vielleicht gab es da auch irgendwie eine Stelle, wo ich nur via Wallhack oder so weiterkomme. Also habe ich mich mal ein bisschen durch die Gegend gewallhackt, sage ich es mal so. Und, ähm, ja, ihr seht diesen Berg auch schon. Da ist das mit, ähm, Dratini passiert und alles. Äh, schon mal meine Pokémon. Hier habe ich Igulava, Pikachu, Dragonier. Bam, ein Alexander. Ja, das wollte ich benutzen, um das hier auszutauschen. Und das wollte ich benutzen, um das auszutauschen, weil Entwicklung einfach stärker und so. Also, ich habe sogar ein Stahlos. Ähm, das ist jetzt gerade aber auf meiner Bank. Und dann hatte ich noch irgendein starkes Pokémon. Ich hatte noch ein Eistauros, das habe ich mir auch gefangen. Naja, wie dem auch sei. Ähm, so. Was jetzt los ist, ähm, zurück kann ich nicht. Ähm, so, pass auf. Ja, ähm, das ist das, was sie damals auch schon gelabert haben. Es hat mich sowieso gewonnen, dass das Viech überhaupt hier ist. So, ähm, ja, frische Luft. Ähm, ich hasse euch. Ja, ja, ja. Okay. So, jetzt wäre eigentlich der Moment gekommen, wo wir gegen das Viech kämpfen. Nur, jetzt passiert das hier. Das heißt, ich komme nicht weiter. Und, ähm, ja. Das passiert jetzt andauernd. Und, ähm, machen kann ich da nichts. Und das finde ich halt, ähm, scheiße. Ähm. Ja, ich möchte das Spiel einfach... Ja, die gehen jetzt eigentlich so gesehen immer weiter dahin. Ja, ich würde... Ich hätte das Spiel gerne durchgespielt und alles. Ähm, auch weitergespielt. Und euch wirklich alles gezeigt, was es in dem Spiel zu zeigen gibt. Aber, ähm... Naja. Wie ihr seht, man kann nichts machen, also... Ich habe einfach scheiße gebaut. Ich habe auch keine Safesets. Meine einzigen Safes sind hier. Hier bin ich übrigens in diesem einen Ort. Wenn ich da jetzt weiter... Ja, Moment. Eistaurus, ja. Habe ich schon gefangen und zu meinem Team hinzugefügt. So. Wie ihr seht, komme ich hier nicht mehr raus. Und der Weg nach rechts, also nach da, ist, ähm... Wie heißt das? Dann komme ich halt bei Angialen an. Ich habe auch kein, ähm... Wie heißt das? Um hier rauszukommen, diesen, ähm... Strick halt. Mir ist gerade der Name entfallen. Fluchtsaal, genau. Ähm... Also kann ich absolut gar nichts machen. Was aber ziemlich lustig ist, ähm... Jetzt einiges Lustiges zumindest. Ich habe ja versucht, alles zu finden. Da bin ich auf eine Insel gekommen. Auf die... Also die komme ich normal auf die Insel. Und da waren, ähm... Drago... Dratinis, genau, Dratinis. Die waren mit dem Wasser. Da kam ich so normal nicht ran. Ich habe mich per Wallhack natürlich hingehackt. Ich habe die angesprochen. Und man konnte die ansprechen. Das hat mich überrascht. Und die haben sogar gesagt, haha, you hacker. Oder you cheater. Okay, das ist aber auch das einzige Positive. Ansonsten ist es halt scheiße, dass ich das Projekt abbrechen muss. Was, wie gesagt, mir auch wahnsinnig leid tut. Wenn, ähm... Ihr könnt mir helfen. Sage ich es mal so. Ihr könnt mir helfen, dass ich weiterspielen kann. Nämlich, jeder der mich per Skype hat. Falls ihr mich nicht per Skype habt, edit mich einfach. Schreibt mir eine PM. Ich schicke euch das Spiel. Und ihr spielt bis zu der Stelle. Weil, ähm... Ich kann das definitiv nicht nochmal. Ich habe jetzt... Das... Playtime 33 Stunden. Ja, ohne Scheiß. Ich hänge schon 33 Stunden an diesem Spiel. Es fällt auf diese ganzen Parts halt nicht auf. Aber ich habe sehr viel trainiert. Und, ähm... 33 Stunden Ingame-Zeit. Und die möchte ich jetzt wirklich nicht noch einmal bis zu diesem Part. Also bis zu der Stelle halt wieder haben. Deshalb. Edit mich bitte in Skype. Ich schicke euch das Spiel. Wäre nett, wenn ihr euch Nightmares oder Night LPs nennen würdet. Dass ich auch so wieder weiterspielen kann. Und spielt einfach bis zu der Stelle. Ihr müsst die Pokémon gar nicht trainieren oder so. Spielt einfach bis zu der Stelle, wo ich letztens war. Ohne Wallhack, ohne sonst irgendwas. Dass ihr den ganz normalen Spielverlauf habt. Vielleicht findet ihr sogar die Stelle, wo es weitergeht. Die ich nicht gefunden habe. Dann schickt ihr mir einfach die Save-Datei. Und ich kann am dem Moment weiterspielen. Ich würde euch sehr, sehr danken. Denn, ähm... Ja, wie gesagt. Ich, ähm... Möchte jetzt halt nicht nochmal bis da spielen. Es war einfach viel zu viel. Ja. Aber wie gesagt. Also einfach Skype adden. Ich schicke euch das Spiel. Nennt euch Night LPs. Oder was weiß ich. Ich werde euch auf jeden Fall erwähnen. Ich werde euch in meinetwegen jedem fucking Part erwähnen. Und euch auf ewig dankbar sein. Naja. Ansonsten... Ist das Spiel abgebrochen. Da kann ich auch nichts tun. Und, ähm... Es tut mir auch leid. Tut es wirklich. Und, ähm... Naja. Ich habe für euch schon ein neues Projekt. Ah, okay. Ein neues ebenfalls Pokémon-Projekt. Es ist ein sehr gutes Spiel, was dieses Spiel ausgleicht. Ich habe es auch schon komplett aufgenommen. Die Hälfte gerendert. Während ihr jetzt diesen Part hier wahrscheinlich sehen werdet. Werde ich vielleicht sogar noch mehr gerendert haben. Von dem Spiel. Ähm... Ansonsten läuft ja jetzt noch gerade Prince of Persia. Ja. Ich hoffe, ihr habt mit den beiden Spielen zumindest ein bisschen Spaß. Und wie gesagt. Ansonsten Skype. Und... Ja. Nightmare. Seht euch in den nächsten Parts. Oder... Ach, in den nächsten... Spielen. Und da die Parts. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin mit dem Spiel... Boah. Naja. Okay, dann... Haut rein. Ciao.